So Leute, zum Sony Also der Hochtöner ist, naja... So ein richtiges Drecks-Billo-Teil Da kann es auch wirklich nichts anfangen außer den hier Naja, aber der Klang ist ganz gut Weil der meiste Hochtöner Klang kommt nämlich hier raus Wo es ja eigentlich ein Hoch-Mittel-Töner ist Nein! Das Kabel ist abgegangen! So ein Kabel hier, da So ein Gehäuse Wie man sieht, steht da kein Dämmstoff Nichts Oh, der Sony-Woofer erinnert total an eine Pionier Mit dem Plastikkorb Also wenn Sony nicht draufstehen würde, würde ich denken, dass es ein Pionier ist Schauen wir mal richtig aus hier So wollen wir es sehen So This is the future Human error Wia Das ist das 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 Wia GIL Das ist das Wia Das war die Entfernung